Vielen, vielen herzlichen Dank für den Braunschweiger Filmpreis und danke für die Auszeichnung. Es freut mich wirklich ungemein, dass ich hier als deutscher Nachwuchs-Schauspieler ausgezeichnet werde. Ja, das freut mich zum einen, weil mein Team an diesen Film gedacht hat, geglaubt hat und ich das Zutrauen für diesen Film hatte und auch die Rolle des Markus Habermann zu spielen. Also herzlichen Dank und das freut mich auch, weil die Arbeit vor der Kamera ein ziemlicher Rausch war, von dem ich hoffe, dass ich den wieder erleben werde. Und zum anderen freut mich das auch, weil mein Werdegang zum Schauspieler, also wirklich kein Waldspazigang war. Und ich hoffe, ich hoffe sehr, dass unter dem Stern der neuen Selbstverständlichkeit viele, 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 viele Sterne aufgehen mögen. Und jetzt habe ich für den Film Neubau die Rolle des Markus Habermann spielen dürfen. Für mich eine riesengroße Traumrolle, die ich mir zwar selber geschrieben habe, aber man muss vielleicht auch sagen, dass der Autor nicht der Schauspieler war. Und der Schauspieler musste einiges lernen für den Film. Also der Schauspieler musste Autofahren lernen, sich Spritzen setzen lernen und ist viele Stunden durch Brandenburg gerannt. Und dass ich dieser Schauspieler mal sein durfte, das ist mein ganz persönliches Glück und das hätte ich vor zehn Jahren, möchte ich sagen, überhaupt nicht für möglich gehalten. Also vielen herzlichen Dank für die Auszeichnung als Nachwuchsschauspieler mit dem Braunschweiger Filmpreis, was mich tierisch freut und auch meine Großeltern heute am Telefon schon sehr gefreut hat. Ja, und jetzt weiß ich natürlich noch nicht, wie diese Trophäe eigentlich jetzt in diesen Zeiten zu mir kommt. Aber was ich weiß, ist, dass ich mit dem Preisgeld Recherchereisen machen möchte für das nächste Filmprojekt, an dem ich bereits schreibe. Und ja, hoffe ich auch, dass ich da auch dann mitspielen darf. Darüber entscheidet ja dann später noch die Produktion. Und ja, also vielen herzlichen Dank für, dass ich den Spaß an meiner Arbeit jetzt also mit dem Kinopublikum teilen darf und dass meine Arbeit gesehen worden ist. Und ja, in diesem Sinne habe ich mir jetzt noch schnell vor der Sperrstunde einen Sekt vom Spät geholt. Und Prosit Lachheim, vielen herzlichen Dank für die Auszeichnung und ganz, ganz herzlichen Dank auch nochmal an mein Team. Und alles Gute für meine Kolleginnen und Kollegen. Dankeschön. Es ist ein schöner Abend heute.